Hallo, willkommen zum Stream am Dienstag. Willkommen zurück. Ja, genau. Heute machen wir mit der Lampe weiter. Nachdem ich ja leider beim letzten Stream nicht dabei war, bin ich jetzt ganz gespannt, wie es weitergeht. Ja, es hat sich einiges getan letztes Mal. Ich habe zugeschaut. Ich bin auf Stand, aber in real life habe ich es nicht gesehen. Nein, also wir versuchen heute das zum, eigentlich wahrscheinlich fertig zu bekommen, oder? Ist das das Ziel für heute? Also den Leuchtteil ja, die Anbindung an die Twitch-RP, die fehlt noch. Da machen wir heute mal die ersten Schritte, die man dafür braucht. Okay, da bin ich gespannt. Da jetzt, wie man von dem Controller dann Network-Requests und API-Anbindung macht, bin gespannt. Okay, sehr schön. Dann, womit willst du anfangen? Genau, fangen wir an. Letztes Mal sind wir da stehen geblieben, wir hatten alles fertig gelötet. Aber dann haben wir es spannend gelassen, ob es denn überhaupt funktioniert. Der Cliffhanger. Genau. Da könnten wir jetzt mal nachschauen, wenn wir jetzt alles anschließen. Ob es überhaupt leuchtet, oder ob wir nochmal zum Löten müssen. Ja. Alles auseinander, oder kannst du nochmal anfangen? Ich hoffe, alles funktioniert. Hoffe ich auch, ja. Ja, genau. Dann würde ich sagen, schwenken wir auf die, unsere Hardware-Kamera über. Können wir euch hier zeigen. Ja, ich habe direkt die falsche, genau. Genau, dann brauchen wir wieder. Genau, hier. Ich habe mal alles hingelegt, was wir letztes Mal hatten. Also es ist alles angeschlossen, die ganzen Kabel hängen dran. Die ganzen Pins müssen wir halt jetzt noch. Die gelöteten Sachen halten noch. Genau. Und ich habe ja auch schon drei Batterien hingelegt. Eine wilde Auswahl. Ja genau, es waren auch die drei letzten, die wir hier im Büro hatten. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, das weiße ist, ist das ein Ineloop-Akku? Weil das wäre dann... Äh, es ist tatsächlich ein... Weil das könnte vielleicht Probleme geben, wenn wir den Akku mit der Batterie mischen. Äh, werden wir sehen. Hoffentlich nicht. Dann kriegt er ja wahrscheinlich noch weniger Spannung. Als eh schon die 5 Volt, die er braucht. Ja, also... Zur Not simulieren wir es mit dem Netzteil. Wenn wir sehen. Wenn es zu wenig ist, dann müssen wir uns was überlegen. Wir können ja vielleicht mit dem Netzteil das simulieren. Ja genau, das könnte man auch was machen. Genau, ähm... Würde ich sagen, hier haben wir unser Board. Genau, ihr seht's. Ähm... Ich muss parallel immer wieder drauf gucken, welche Pins wir benutzt haben. Soll ich das ein... Willst du es zeigen nochmal, oder? Äh, kannst du das klein zeigen, den Code-Teil? Haben wir so eine Szene? Nein. Dann nicht. Ich sag einfach dazu, welcher Pin wohin kommt. Ich kann versuchen, meinem anderen das größer zu ziehen. Oder so. Also, man sieht's hier kurz oben. Ähm, die vier brauchen wir im Grunde. Also die 16, 5, 4 und 2. Ja. Äh, und ich muss halt nachschauen in der Doku. Die haben wir hier. Ähm... Was die Pins sind. Genau, die sind hier hinter dem Screen jetzt. Ähm... Genau, aber ist eigentlich nicht so spannend, der Teil. Ja, also von hier lesen wir die Information, welchen Pin wir genommen haben. In dem Diagramm, welches tatsächlich auf dem Board ist. Gibt's sonst keine Geheimnisse. Und da, okay. Und dann müsst ihr uns glauben, dass wir das tatsächlich anstecken. Ja. Ähm... Genau, fangen wir mit dem Taster an. Den haben wir hier unsere eigenen Kabel dran gelötet. Ja. Mit den zwei Steckern hier. Und der Taster, den hatten wir auf GPIO 5. Und 5 war der D1. Das ist hier hinten der zweite von hinten. Da nehme ich einfach einen von beiden. Ist egal, welcher im Grunde. Steck den dann drauf und den anderen mache ich auf Ground. Da gibt's zum Glück ein paar ringsrum. Ich hab's einfach mal den hier genommen. Da ist egal, welchen man nimmt, die sind alle verbunden. Genau, die sind alle, haben alle das gleiche Potenzial. Genau. Taster ist schon mal angeschlossen. Der erste Teil. Dann haben wir die Lampe an sich. Die wir dann steuern wollen. Das ist das, wo wir praktisch diesen Knopfdruck jetzt simulieren. Ja. Den haben wir auf... Hier nochmal kurz rüber, dann können wir nochmal schauen, welcher das war. Button da drin, oder? Das war die 16. Genau, Button hatten wir gerade eben. Das war die 5. Genau, LED ist die 16. Ich glaub, Light war auf dem Board selbst. Das war zum Testen, glaub ich, hat mir das eingebaut. Genau, kurz gucken. Simulat Button Press. Genau, das geht auf LED. Ja. Und dann hatten wir hier, genau, Toggle Light und der NodeMCU. Das war der Light Pin. Das ist... Den brauchen wir nicht. Genau, das war der hier. Da ist so eine LED verbaut. Die leuchtet dann. Stimmt, das hatten wir genommen, weil wir nicht so viel Kabel auf einmal festhalten konnten. Genau, zum Überprüfen, dass man wenigstens ein bisschen Feedback hat. Also stimmt, eigentlich brauchen wir dann nur die 3 hier anschließen. Genau, ein LED ist 16. Und 16, genau, das ist der letzte. Heißt, wir nehmen den blauen. Und stecken den da drauf. So. Und dann fehlt noch das Relais. Da müssen wir hier auf den, den hier für Signal. Der kommt auf die 4 und die 4 ist der dritte von hinten. Ja, die haben einfach hintereinander weg. Genau. Überlegt gehabt damals, ja. Fassen ganz gut dahin. So. Das heißt, der ist fast fertig verkabelt. Der bekommt noch Ground. Ja. Und Power. Genau, Power auch noch. Hier unten ist noch Ground neben Strom. Und den längeren da. Jetzt wird es ein bisschen. Trimelig, ja. Trimelig und Kabelsalat. Wie würden wir das dann später in der Lampe festigen? Ich habe schon mal gefällt mit Heißkleber oder? Könnte man irgendwie hinkleben. Eventuell liegt es auch einfach unten in der Box hier drin. Das muss man dann noch schauen. Genau. Der ist soweit jetzt verkabelt. Und dann müssen wir das Relais auch noch mit Strom versorgen. Der hat in der Mitte Plus. Schön, dass wir das schon vorbereitet haben. Ist das ein Stecken? Ja. Jetzt kommt der einfache Teil. Und das andere schwarze wahrscheinlich noch. Genau. Den Stecker brauchen wir da nicht. Das schwarze kommt da drauf. So. Jetzt haben wir noch die zwei Enden hier. Einmal hier und einmal da unten. Das ist unser Strom, den wir für die Leiste hier unterbrechen wollen. Das heißt, den schrauben wir hier rein. Nehmen wir den einen, machen den in die Mitte. Da ist jetzt wichtig, welchen du rein tust. Wenn wir beide benutzen würden, dann wäre es wichtig. In unserem Fall ist es eigentlich egal. Ja, ich meine jetzt, du nimmst, ja, du nimmst jetzt rein, das ist der, der am Plus hängt. Genau. Nicht der am Ort hängt. Genau. Das kommt von der Batterie. Und es gibt ja dieses Normally Open, Normally Close. Also der Kontakt, der jetzt praktisch geschaltet ist und der geschaltet wird, wenn man das Relais schaltet. Wenn man irgendwie zwischen zwei halt wechseln möchte, dann wäre das wichtig, was wohin kommt. Dann müsste man halt da, wo der Strom herkommt, der müsste dann natürlich in die Mitte, damit man den entsprechend umschalten kann. Wir haben das zwar nicht, aber machen wir das. Also jetzt könnte ich theoretisch auch den von der Batterie am Rand stecken und den vom Board in die Mitte. Ja, das würde für uns auch gehen, weil die ja nur dann geschaltet werden, wenn wir es wollen und der andere ist einfach frei. Aber so rein von meinem Schaltplan im Kopf fühlt es sich falsch an. Genau, also die auf der Seite hier, das ist Normally Open, sprich normal ist es unterbrochen. Das ist das, was wir wollen, dass es eben standardmäßig einfach aus ist. Ja. Da kommt jetzt noch der hier rein, wenn er will. Ja, da zeigt sich auch, wie gut diese Lämmen da sind. Wie heißen die nochmal? Adar-Enthülsen. Ja, die Adar-Enthülsen, weil es jetzt schön einfach reingeht. Genau, dann kann man die auch gut festschrauben. Der ist jetzt ein bisschen weniger weit drin als der andere, ist das irgendwie schlimm? Das kann sein, dass die Hülse, ah, die hat sich ein bisschen verschoben. Ah, die jetzt ist es gleich. Genau, die sind, wenn man arg drückt, dann verschieben die sich. Ja, okay. Sehr gut. Mal gucken, dass die fest sind. Nach zu kommt ab. Ja. Immer mit Gefühl arbeiten, gerade bei so kleinen Schrauben. Mal den Taster hier gerade durch. Den braucht man da hinten. Stimmt, der muss noch wieder in die Lampe dran. Genau. Jetzt haben wir eigentlich alles angeschlossen. Jetzt fehlen noch Batterien, dass wir auch Strom haben. Wenn man gleich sehen, ob das reicht. Ja. Daumen drücken heißt es im Chat. Und die letzte Batterie. Zack. Leuchtet schon, man hat was gehört. Wir haben sogar ein paar Bits bekommen zum Daumen drücken. Oh, sehr gut. Man sieht schon, sieht man es? Doch, hier sieht man es. Der leuchtet, ja. Genau, das Relais ist an. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Knopf drücken, dann sollte es angehen. Und wenn wir nochmal drücken, dann sollte es ausgehen. Unsere Software sozusagen ist schon drauf gespielt. Genau, vom letzten Mal, die ist noch drauf. Dann würde ich sagen. Wollen wir im Chat eine Umfrage machen? Ob wir drücken sollen oder ob wir es dann verlassen sollen? Nein, nein, ob es geht oder nicht. Ah, okay. Ich muss gucken, wie das genau ging. Das ist natürlich eine bessere Umfrage. Man kann eine Umfrage machen oder man kann so eine Prediction machen. Damit kann man Channel Points sich verdienen. Wahrscheinlich ist es sehr eindeutig, was daraus rauskommt. Aber man kann irgendwie Channel Points setzen. Und dann auf eine der Antworten. Und dann drücken wir den Knopf. Und wenn es geht, ist es die eine Antwort. Und wenn es nicht geht, ist es die andere Antwort. Ich probiere das mal. Lass den mal abstimmen. Okay, also. Vorhersage nennen wir. Wird die Lampe leuchten? Sagen wir mal. Und Ergebnis 1 ist ja. Und Ergebnis 9 ist nein. Und den Zeitpunkt, sagen wir mal, eine Minute. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Verstanden. So. Gucken wir mal. Vertraut ihr meinen Lötkünsten? Oder habt ihr jetzt... Ja, der hat noch keine abgestimmt. Mal gucken. Mhm. Also, wenn alles klappt, dann... 10 Punkte wurden schon auf... Was ist das? Die ersten Wetten kommen rein. Ja. Ja, 20 Channel Points wurden auf Ja gesetzt. Oh. Sehr cool. Sehr gut. Das braun in mich. Sehr gut. Boah, 30 schon. 30, ja. Aber wird es dann verteilt? Ja, genau. Also, im Endeffekt, wenn jetzt alle auf Ja tippen, kriegen alle ihre Channel Points wieder. Mhm. Ähm, wenn es halt, ähm, anders verteilt ist, also nur die Channel Points, die dann die Antwort getippt haben, die es wird, die werden dann unter allen aufgeteilt. Wenn jetzt alle Ja tippen, wie es jetzt ist, kriegt jeder einfach seinen Channel Points. Ach so. Aber es ist trotzdem ja ganz lustig. Ja. Oh, jemand hat Nein getippt. Oh. Wer hat denn da keinen Vertrauen? Okay. Also, jetzt muss ich gucken, wo sehe ich das denn? Jetzt ist es weg. Wie? Ja, es ist weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt wieder hinbekomme. Okay. Ja gut, das drücken wir auch nicht. Genau. Ähm. Die, 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 die. Schauen wir mal. Ob ich da bei der Prediction wieder irgendwas machen kann. Ah, genau, jetzt sehe ich es. Also, 80% sagen Ja und 20% Nein. Aha. Ähm, also von den Channel Points wahrscheinlich. Also, drei haben Ja gesagt, einer hat Nein gesagt. Dann gucken wir mal, ob es tut. Ich glaube, wir müssen jetzt sehen, wenn jetzt was passiert. Ich drücke jetzt. Ah, es wird licht. Es leuchtet. Und es ist jetzt in dem An-Modus, müsste es sein. Genau. Nicht in dem Fading, also An-Ausblende-Modus. Genau, das hat jetzt eingefadet und jetzt bleibt es an. Ja. Wenn ich jetzt nochmal drücke, dann sollte es ausgehen. Boah. Perfekt. Sensationell. Super. Also, dann hatten die Leute, die Ja getippt haben, recht. Ja. Ihr habt gewonnen. Die Punkte, von denen ihr Nein getippt habt. Genau. Genau. Und ich bin sicher, dass ich das abschließen will. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Das heißt, dann machen wir die Batterien kurz raus. Und dann würde ich sagen, schrauben wir die Sachen soweit fest, dass das wieder alles richtig ist. Eine nehmen wir gerade raus. Und danach, sobald hier alles fest ist, geht es wieder zum Code. Gut. Da habe ich mir überlegt, da das schon ein bisschen viel wird inzwischen, können wir es auch noch ein bisschen umstrukturieren. Also, in mehrere Klassen sind es nicht, aber mehrere Dateien einfach so ein bisschen Übersicht haben. Ja, ein bisschen schöner. Genau. Das erwartet euch gleich. Und dann machen wir auch schon unseren ersten HTTP-Request. Noch nicht an die Twitch-API. Kommt dann wahrscheinlich nächstes Mal. Erstmal ein Test. Genau. Erstmal langsam anfangen. Ja. Trasics. Genau. Dann können wir... Ich hätte mir gedacht, wir machen einen kleinen Web-Server auf. Der surft einfach nur an JSON. Da steht dann eben drin, ob wir online sind oder nicht. Und wenn da True drinsteht, dann soll die Lampe eben angehen. Ja. Und wenn False, dann soll sie... Vielleicht wäre es sogar eine Idee, ob man es generell so macht, dass man die Twitch-API-Anbindung gar nicht auf dem Controller selber macht, sondern dass wir halt sich... Wir fragen den Andreas, ob wir uns mit Quarkus das baut. Oder wir probieren es selber, nachdem wir es gelernt haben im Stream. Damit der Code nicht so kompliziert... Weil du musst ja irgendwie Token-Handling, Refresh und so weiter. Ja. Also könnte man auf jeden Fall machen. Würde den Controller-Code, denke ich, sehr einfacher machen. Sehr viel einfacher machen. Aber da muss halt hier bei uns irgendwo auch das laufen. Das laufen, ja. Genau. Könnte man aber auch einrichten. Da wäre, denke ich, kein großes Problem, das so zu machen. Hast du dir ja schon überlegt, wie das... Wie das ist, der muss ja dann irgendwie immer pollen, oder? Ob man live ist oder ob das Flag, was wir jetzt erstmal simulieren, ob sich das geändert hat. Genau, der würde das pollen. Es gibt auch eine API, wo man Webhooks bekommt, meine ich mal. Aber ich glaube, das ist dann zu kompliziert. Weil der muss dann ja auch im Web erreichbar sein und alles. Und das wird halt ein bisschen zu viel dann. Gerade mit dem kleinen Ding, Sicherheit auch und so. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Jetzt habe ich hier noch zwei Schrauben. Ah, genau. Hier, das Ding kommt noch. Der Klassiker. Irgendwas bleibt übrig. Ein Zahnrad ist übrig. Ja. Ups. Aber es sieht gut aus diesmal. Genau. Ist ja schon fast wieder ordentlich. Ja. Vielleicht kommt noch das Cover drüber. Also wir jetzt nicht, weil wir müssen ja noch ein bisschen programmieren. Aber im Endeffekt wird es dann... So. Alles schön aufgeräumt. Interessant. Sieg gar nichts mehr. Wir können nochmal kurz die Batterie reinmachen zum Test. So. Relais schon an. Controller war auch an. Und. Ah. Ah. Sehr schön. Das ist schon cool. Aha. Könnte man fast wieder zurückgeben, die Lampe. Wenn man es sein sollte. Keine merken. Naja, man wundert sich, warum der... dieser... an Aus-Modus nicht geht. Ja, stimmt. Der eine Modus fehlt. Aber den haben wir ja auch nur in der Firmware geskippt. Also in unserer Software. Den können wir eigentlich auch... Könnte man ja auch mit reinnehmen. Genau. Jetzt haben wir Strom noch und alles. Ähm, jetzt, bevor wir dieses Kabel anschließen, wäre es wichtig, eins von denen zu trennen. Das heißt, wir nehmen die Spannung vom Controller weg. Das Ground lassen wir drin, weil das brauchen wir für, ähm, na, für, dass wir das hier schalten können. Ähm, wir können es ja mal ausprobieren ohne. Also der bekommt jetzt Strom von meinem Rechner. Genau, der leuchtet auch. Dann, man sollte nicht beides machen, weil er sonst... Genau, sonst hat er irgendwie zwei Stromquellen, dann geht wahrscheinlich irgendwas kaputt. Aber wenn wir jetzt drücken, dann... passiert irgendwas, aber... Aber nicht das Richtige. Aber nichts Richtige. Also er springt so wild rum. Genau, und wenn wir jetzt das Ground draufschieben... Kleckt da sogar das Relais? Sogar das Relais hat geklackt, ja. Weil halt irgendwie... Irgendwas stimmt. Das Potenzial kann er nicht ganz zuordnen wahrscheinlich, wo es sie gehört. Und dann gibt es halt so Fehlerzustände. Genau, jetzt habe ich es reingesteckt und man sieht schon, das Relais ist gleich an. Also so, wie es auch sein sollte. Und wenn ich jetzt nochmal klicke... Ah, jetzt... Dann... Ich glaube, jetzt ist es in diesem Fading-Modus. Ja, weil wir... Genau, weil wir halt durchs Klicken jetzt halt, wo wir drin waren. Oder halt ich mache... Einmal Reset. Genau, jetzt ist wieder das Relais an. Das heißt, wir sind bereit. Ja, das ist schon mal wieder... Schon cool, schon cool. Das muss man sagen, ja. Sehr cool. Das geht wieder. Schön. Dann, wenn wir anfangen zu coden... Das ist mein Stichwort, Moment. Brauchen wir die Hardware gerade? Nö, ne? Da kann ich eigentlich nicht... Die braucht man gerade nicht. Also ich würde erst ein bisschen reflektoren, ein bisschen aufräumen. Und dann... Haben wir mehr Platz. Genau. Wir haben hier... Das ist mal weg, das brauchen wir noch nicht. Wir haben hier ziemlich viel Code für diese LED-Steuerung. Ich würde die aus diesem LAM-Controller rausziehen. Simnax, danke für das Follow. Kann ich hier ein neues... Kann man das? Irgendwie kann man es. Ich weiß nicht, wie es in der IDE geht. Aber wenn ich hier eine Datei im Finder hinzufüge... Machen wir mal Copy-Paste. Und dann nennen wir die LED-Ino. Wenn ich das jetzt schließe... Save. Mal aufmachen. Dann haben wir hier unsere... Die muss man irgendwie importieren oder sowas? Der nimmt irgendwie automatisch alles, was in dem Ordner drin ist. Und zeigt das dann an. Und diese Inos... Die brauchen wir auch hier nicht irgendwie mit einem Import oder so reinhalten. holen, sondern er nimmt automatisch alle, die da sind. Und führt die mit ein. Wir haben noch eine Frage im Chat. Warum wir das Relais haben? Ob man für die paar LEDs wirklich ein Relais brauchen oder ob das einfach nur so ist? Jetzt nochmal kurz... Dann zeige ich nochmal die Hardware. Wenn das nochmal... Also theoretisch könnte man ja anstatt das Relais auch über die Pins irgendwie gehen. Allerdings kann der, glaube ich, pro Pin 16 mA liefern. Ich habe jetzt nicht gemessen, wie viel die Leiste braucht tatsächlich an Strom. Aber einfach auch, um da sicher zu sein, um halt das Board nicht zu grillen, da ist so ein Relais halt sicherer. Weil da, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 10 Ampere oder so, kann man da drüber. Das für LED ist jetzt auch wieder viel zu viel. Aber lieber zu viel als zu wenig, bevor da halt irgendwie ein Pin kaputt geht. Muss nicht sein. Und wir haben es auch... Also wahrscheinlich könnte man es auch ganz weglassen aktuell. Wir haben es drin, weil wenn der Controller hochfährt, die States nicht ganz sauber immer waren oder er halt erstmal sich justieren muss. Und das dann schon dazu geführt hat, dass das Lampenboard das erste Signal bekommt, wie wenn man den Button gedrückt hätte. Und dann hat er praktisch schon den Modus einmal gewechselt gehabt beim Hochfahren vom Controller. Und mit dem Relais sagen wir halt, trennen wir den Strom komplett, lassen den erst hochfahren. Und wenn er dann sich eingerichtet hat, dann geht der Strom an, damit es dann ab da scheitbar ist. Ja genau, stimmt. Aus dem Aspekt, wie du gesagt hast. Genau, mit diesen Zuständen, dass man da... Aber was man nochmal probieren könnte, müssen wir aber jetzt nicht machen. Ob, wenn man das Relais jetzt umgeht, ob es dann noch so ist. Weil wir hatten das Problem ja mit dem Relais, mit dem wir am Anfang den Knopf geschaltet haben. Dass das so undefiniert erstmal geflaggert hat und dadurch geschaltet hat. Ob vielleicht... Ob es so vielleicht sogar gehen würde. Aber was natürlich cool ist mit dem Relais, was du jetzt gezeigt hast, ist der Reset-Button. Dass wenn du den drückst, dass er dann tatsächlich auch die Lampe resetet, dass das in Zynk ist. Ja genau. Das würde man sonst nicht hinkommen. Also man könnte halt tatsächlich auch den Teil praktisch vom Strom nehmen. Einfach ein bisschen Batterie zu sparen, wenn man sie länger nicht brauchen würde. Ja. Genau. Hat man einfach noch ein paar Möglichkeiten. Mal schauen, was wir damit noch machen werden. Für uns war es einfach wichtig, dass wir das halt aushaben. Dass wir in Ruhe starten können. Und dass wir definiert haben, in welchem Zustand wir da mal am Anfang sind. Ja. Okay. Genau, machen wir hier weiter. Ich kopiere jetzt mal den Teil rüber, der für die LEDs wichtig war. Den Light kann man vielleicht sogar rausnehmen, weil den brauchen wir ja nur zum Testen. Ja, stimmt. Kann man eigentlich auch rausnehmen. Wobei, lass ich mal drin, wenn man an Bord mal so ohne Lampe noch was machen möchte. Gibt es so ein Debug-Mode-Flag oder sowas? Weil du musst ja nicht immer die ganze Zeit an- und ausgehen, wenn man es eigentlich gar nicht braucht. Oder man könnte es wahrscheinlich einfach mit einem Angebot machen. Gut, du kannst ja sowas machen. Ja. Und dann halt mit einem EF irgendwie ein Debug abfragen. Das kann man machen. Die Buttonsachen, die lassen wir beim Controller mal. Der darf sich darum kümmern. Dann haben wir LED-Light. Ähm, dein, ähm, ähm, einer ist offen. Oh, gut zu wissen. Ähm, LED-Light. Genau, die kommen rüber. Ups. Aber da brauchen wir jetzt eine Methode. Äh, die nennen wir Initialise-Edees. Die Initialise. Genau. Ähm, der untere Teil kommt da auch noch rüber. Muss ich. Und dann sagen wir hier. Edees. Genau, und jetzt muss ich hier nicht irgendeinen Import von dem anderen Pfeil machen, sondern da die nur gleichswegen sind. Das braucht man nicht. Man kann auch, ähm, wie in C mit Punkt H und Punkt C Dateien arbeiten. Dann braucht man den Import. So wie für die Datei, die ich jetzt nicht draufklicke, weil da geheime Sachen drinstehen. Für später. Ähm, genau, die muss man dann importieren. Ähm, genau. Wir haben unseren Button, die LEDs. Und hier den Teil da unten, der kommt rüber. Und dann DigitalWrite, das kommt auch weg. zusammen mit dem Kommentar. Und dann in dem ToggleLED State könnten wir jetzt noch unseren EF-Debug. Genau, da können wir auch, ähm, EF-Debug und LED State. Äh, warte, ich glaube, den brauchst du, den Light. Das ist, glaube ich, der Richtige. Nur in dem Simulate Button Press, den... Nee, der Light ist der auf dem, ähm, auf dem Board. Sicher? Ja. Ja, richtig, richtig. Ja, ja, ja. Ja, aber hier haben wir auch das Delay drin. Weil als wir es ohne Delay hatten, da hat es doch nicht reagiert. Ich erinnere mich, ja. Da war es so schnell. Aber du musst wahrscheinlich das EF-Debug ganz aus, oder so machen, ja. EF-Debug. Genau. Dann haben wir auch unser Debug-Fleck gleich integriert. Ähm. Genau, jetzt sagen wir hier immer noch das Toggle State. Und das ist die gleiche Logik wie bisher auch. Hm. Und sollte soweit gehen. Können wir gleich abspeichern und nochmal ausprobieren. Ähm. Können auch noch ein bisschen, ähm, Output feinschreiben. Ist sowas wie der, der, der Last-Button-State dann nicht auch was, was ins LED reingehört? Ich hätte jetzt gesagt, Button ist eher Controlling. Mhm. Wir nutzen den halt für die LEDs, aber der kann ja dann auch irgendwas anderes machen. Ja, richtig. Und wir, ich dachte, wir setzen ihn innerhalb von dem Toggle-LED-State, aber das machen wir ja gar nicht. Ne, genau. Der wird hier am Anfang ausgelesen, genau. Deswegen bleibt der Teil auch hier. Ja. Und nur dieses Toggle ist dann in der LED-Datei. Äh, hier sagen wir Button Rest. Ich kann das kopieren. Ich muss ja auch noch ein bisschen was schreiben. Turning on light. Light. Turning off light. Und nochmal vielleicht hier, ähm, sieht man, dass wir zweimal das Simulate Button Press machen, weil ja vorhin auch die Frage war mit dem Relay. Okay, diese Lampe hat praktisch drei Modi aus, dann, ähm, wenn man einmal drückt an, und wenn man nochmal drückt, so ein heller und dunkler werden. Genau, ich glaube, wir haben es, genau, hier haben wir es als Kommentar dazu geschrieben. Genau. Die zweite benutzen wir halt jetzt nicht. Deswegen machen wir da einfach. Deswegen drücken wir praktisch zweimal den Button dort. Genau. Ähm, dann hier vielleicht noch. Jetzt sehen wir LEDs. Dann. So, ist angeschlossen. Dann spielen wir es mal auf. Wenn wir uns nirgends so vertippt haben, dann sollte alles noch gehen. Lädt schon hoch. Das dauert immer ein bisschen. Aber. Ähm, wir können für später schon mal. Da haben wir dann unsere Datei, wo wir das JSON auslesen. Da steht dann ja drin, ob wir an oder aus, also ob wir online sind oder offline sind. Und da könnten wir sagen, wenn wir, ähm, offline sind, dass er das komplett ausschalten soll, dass die Lampe gar nicht geht. Ja. Ähm, und wenn wir online sind, dann, ähm, schaltet er sie erst an. Und dann kann man zum Beispiel den Button erst benutzen. Mit dem Relay. Mit dem Knopf dann. Genau. Also, ähm, über das JSON bekommen wir praktisch, ob wir das Relay an oder ausmachen sollen. Das, ähm, das, ähm, da halt kein Licht angehen kann, solange wir offline sind. Und wenn wir dann online kommen, dann geht's von alleine an und über den Button kann man's dann auch noch steuern. So, das könnte man machen. Ja. Ähm, aber machen wir das Spiel. Sehen wir dann, ja. Wenn der Rest dabei ist. Genau. Ähm, ist aufgespielt. Dann können wir nochmal Knopf drücken. Ja, es leuchtet. Sehr schön. Du kannst die, ähm, Konsole oder wie sich das nennt. Ah, stimmt. Also noch zur Seite schieben. Genau, ja. Dann kann man das noch live mit tun. So, initializing LEDs, dann Button press, turning light on, Button press, turning light off. Genau, wenn wir das drücken. Ja. Kommt hier. Ja. Runterfröhlich. Output. Sehr schön. Erster Teil fertig. Nice. Cool. Dann, ähm, gehe ich nochmal in den Finder und probiere gerade nochmal die LED-Datei und dann nenne ich die neue Datei, äh, API. Ja. Ich spiele wieder den Trick mit dem Schließen und Öffnen. Geht bestimmt auch irgendwie anders. Bestimmt. Aber habe ich jetzt noch nicht mehr zu verholt. Wir können auch mal im nächsten Stream oder so die neue Arduino IDE ausprobieren. Es gibt eine neue? Ja, 2.0 Release Candidate, irgendwas. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile released ist. Aber das ist so ein bisschen schlauer mit Code Completion. Ah, cool. Exerlighting. Vielleicht kann ich das mitbekommen. Ja, können wir gerne mal ausprobieren. Ähm. So, hier haben wir jetzt API-Code. Äh, bevor wir damit anfangen können, ich muss kurz schauen. Ähm, es gibt zwei Libraries, die wir brauchen für die, ähm, Requests. Ähm, und eine noch für das JSON-Parsing. Ähm, ich muss kurz schauen, wie die hießen. Wie, wo bekomme ich die her? Wo kann ich die suchen, finden? Ähm, die, also die zwei für die, für die WLAN-Verbindung und für die HTTP-Request, die sind, meine ich, schon in dem, was wir für unser Controller installiert haben. Ja, in diesen ESP-8266-Tools mit drin. Ja. Ähm, das für das Arduino JSON, das können wir auch gleich runterladen. Das geht hier über Manage Libraries. Okay. Und das heißt Arduino JSON. Da kann man dann, sobald er hier fertig ist, kann man hier oben Arduino JSON. Enter. Genau. Ähm, genau. Ist sogar schon installiert. Das haben wir. Genau. Ich hab's jetzt schon installiert. Vorbereitet, ja. Wie in der Klasse. Vorbereitet, ja. Ähm, ja, das muss man halt installieren, das dauert kurz und dann kann man das benutzen. Genau. Die Imports, die wir brauchen, include, in Klammern, ESP-8266-Y. Ja, wo? Y, bei einem großen F, Punkt H, genau. Und dann brauchen wir noch. HTTP-Client, genau, das ist... Die Farben werden random assigned, oder? Das hab ich mich auch schon gefragt, warum manche orange werden und manche grün. Können wir da reingehen? Vielleicht mit der neuen IDE. Vielleicht geht's mit der neuen dann. Ja, das wär auch interessant zu sehen, was da so drin ist. Ich hab vorher zufällig mal gesehen. Ich schau mal kurz auf meinem anderen Bildschirm, ob ich das finde. Ne, so auf die Schnelle finde ich's nicht. Also so ein Library-Ordner, da sind ein paar Sachen drin, aber das irgendwie nicht. Das liegt wahrscheinlich nochmal irgendwo anders. Ja. Ja. Genau, und das andere, was wir noch brauchen... Das JSON-Ding. Das JSON-Ding. Arduino JSON-A, hieß das? Das wird jetzt gar nicht gehighlighted, aber das heißt so, wenn ich mich nicht verschrieben habe. Ja. Genau. Da brauchen wir auch erst mal Setup. Mitchillize-Api. Ja. Da machen wir... Erstmal müssen wir uns mit WLAN verbinden. Mhm. Da machen wir... Skill-Printline, bisschen Debug-Ufgabe. Ich dachte schon, das ginge über das Serial irgendwie. Kommt gleich. Ja, es ist aber auf jeden Fall gut, dass man sieht, was vor sich geht. Dann Wi-Fi, wie heißt das? Beginn. Jetzt brauchen wir unsere Secrets-Datei. Die wir gar nicht im Feiner gesehen haben wollen. Genau, weil da ist irgendwas Geheimes drin, was keiner weiß. Ja. Secrets-Datei. Ah, weil das ein H-File ist, müssen wir jetzt da das Include machen. Genau, das da müssen wir das Include machen, meine ich. Ich hab's jetzt nicht ohne ausprobiert. Ja, das ist schade. Können wir mal auskommentiert lassen und dann wird er ja meckern, wenn er was nicht findet. Ja genau, da haben wir zwei Variablen, zwei Strings reingeschrieben. Eins ist Wi-Fi-SSD, also der Name von unserem WLAN und eins ist Wi-Fi-Password. Genau. Der würde dann anfangen, sich zu verbinden. Ah, das war's schon. Das war's, dann müssen wir noch, ähm, dann müssen wir noch, ähm, besser verbunden ist, fragen wir den Status ab. Ähm, ungleich, wie ist es, WL connected. Wenn ich jetzt nicht weiß, ähm, wie ich dieses ESP-826-HFTP, äh, nee, Wi-Fi benutze, wo kann ich da eine Doku finden? Gute Frage. Ähm. Weil, also ich wüsste, man weiß jetzt erstmal nicht auswendig, dass man da ein CL, was war, oder? Ah, Wi-Fi-Library, ah, hier gibt's, Seite, Reference. Ah, nee, genau, das ist der Wi-Fi-Teil. Introduction, Class, Description. Wahrscheinlich reicht die Introduction so Quickstart schon, weil es da noch entsteht. Genau, hier steht halt der Teil zum Beispiel, den Status. Bedrück name und dann, genau, WL connect. Genau. Hab ich auch noch gar nicht reingeguckt. Dann gibt's wahrscheinlich die unterschiedlichen Klassen, was was kann. Genau, aber hier ist... Das, das einfache Beispiel ist dann da. Ja. Ja, auch alles, was wir brauchen. Genau. Ähm, können wir erstmal verbinden. Dann warten wir eine halbe Sekunde. Dann sagen wir Serial Print Punkt. Und sobald wir... Ach, dann machst du so lange Punkte wie... Genau, dann sieht man, dass in der Ausgabe so Punkt, 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 die halt irgendwann verbunden ist. Wenn er gar keine Verbindung herstellen kann, dann läuft's bis für immer... Dann läuft's, dann ist der Controller geblockt. Ja. Ich weiß noch nicht, ob man da so mit Interrupts bestimmt auch irgendwie arbeiten kann, aber es hat mir noch nicht angeschaut. Ja gut, du könntest ja vielleicht mitzählen, wie lange er die halbe Sekunde gewartet hat, wie oft. Ja, genau, du könntest ja irgendwann abbrechen auch oder so. Das könnte man auch machen. Es gibt auch, ähm, Millis, also die aktuelle Zeit. Und dann könnte man irgendwie sagen, nach... Ja. Über eine Minute braucht, dann bricht er ab. Ja. Oder so. Genau, dann sagen wir noch Serial Print Line Connected. Mhm. With IP Address. Ja. So, machen wir kein Print Line, sondern Print. So, Print Line, wie war das? Y, by, local IP. Dann kommt man so da ran. So. Genau, das wäre der Teil, um sich zu verbinden. Das können wir auch schon mal testen, oder? Das könnte man verbinden. Genau, man wird's dann auch sehen. Wir müssen uns nur aufrufen. Ja, das stimmt. Wir sehen gleich jetzt, ob er das, äh, den Include von dem Header-File braucht. Ja, genau, stimmt. Da müsst ihr sich gleich schon beim Kompilieren beschweren, falls ihr das braucht. Mhm. Aber ich meine, äh, ja, genau. Ja, da haben wir es schon. Not declared in the scope. So, speichern. So sollte es aber funktionieren. Ja. So sieht man das, ja. Das kann man ein bisschen hochschieben. Ja, er lädt ja noch hoch. Ja, genau. Kannst mal Clear Output noch drücken, das nicht? Ja, das ganze Zeug brauchen wir. Wie man das wegkriegt, dass er am Anfang erstmal noch Fragezeichen ausgibt? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Weg weiß ich nicht, aber so war es am Anfang gar nicht schlecht. Dann starten wir zumindest in der frischen Zeitung. Aber jetzt fängt er da hinten dran an. Genau. LEDs sind jetzt lisiert. Jetzt macht er das Connecting. Das dauert jetzt ein bisschen. Perfekt. Gut, jetzt haben wir hier die IP-Adresse. Das ist sehr cool. Controller hier im lokalen Netzwerk. Ja. Sehr cool. Dann, nächster Schritt, unsere API auslesen. Was wir dafür machen, ist ganz einfach. Kleine Konsole hoch. Documents. Da lege ich mir einfach eine Datei rein. Okay. Online-JSON. Da schreiben wir rein Online-Group. Einfach der Inhalt. Das gelbe, das türkis-blaue waren geschweifte Klammern? Ja, genau. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Der Highlighted, ja. Geschweifte Klammern, also normales JSON-Format. Wenn du weißt, wie du das, ich weiß nicht, ob du so mehr brauchst, aber das ist ein bisschen klein, der Frontort. Ja, das geht, genau. Ah, jetzt können wir es gut sehen. Das ganze Fenster ist auch größer geworden. Ja. Genau. Einfach JSON mit True und True. Aber du müsst, glaube ich, Anführungszeichen online machen. Also, es ging vorher ohne, aber kann sein, dass man das braucht. Zumindest meine ich, dass das so. Clear. Genau. Und dem halben Simple-Http-Server, der macht halt einen HTTP-Server im aktuellen Ordner auch. Du hast den schon gelaufen. Im Chat kommt von Moritz die Anregung, dass wir mal deine Plugins für deinen iTerm anschauen können. Ja, ich habe inzwischen drei Nutzer auf dem Rechner und die haben alle ein gesharedes Config für das OhMyZSH. Bei den anderen beiden geht es mit den Icons und so. Bei dem irgendwie, hat es nicht getan, aber ich hatte es auch noch nicht danach geschaut. Genau, der läuft jetzt auf 8000. Und wenn wir jetzt im Browser mal schauen, Localhost 8000. Wenn wir nur da hingehen, dann sieht man die Sachen. Und hier haben wir dann unser JSON, was wir abfragen wollen. Ja. Genau. Und das wollen wir jetzt aber auch von dem hier machen. Das heißt, wir machen uns hier eine Methode, bool is online, in der wir dann abfragen, ob wir online sind. Und dafür brauchen wir ein bisschen mehr Code. Ja. Also jetzt musst du irgendwie das File laden wahrscheinlich, ne? Genau. Und wir müssen auch noch eine HTTP-Verbindung aufmachen zum Server. Das meinte ich mit laden. Aber ja, stimmt. Erst muss man die Connection machen. Genau. Also sehr low-levelig. Ja, okay. HTTP-Client ist das dafür. Und ein Wi-Fi-Client braucht man auch noch. Okay. Wofür brauche ich den Wi-Fi-Client? Weil ich überlege gerade. Also in dem Beispiel, was ich benutzt habe, war das so. Aber eigentlich. Mal schauen. Ah, vielleicht kann man auch. Versuchen wir es mal ohne den. Okay. Ich müsste, denke ich, auch mit dem hier gehen. Probier's aus. Wenn nicht, dann brauchen wir halt diesen Wi-Fi-Client. Genau. Da machen wir jetzt client beginn. Wi-Fi. Dann unsere Adresse, auf die wir wollen. Da haben wir also if. Das war HTTP. Localhost 8000. Online. JSON. Das ist das, wo wir hinwollen. Wenn das nicht funktioniert, dann sagen wir return false. Den Client haben wir jetzt aber noch nicht gesetzt, ne? Da hast du oben nur die Variable angelegt. Oder habe ich das verpasst? Ja, den haben wir nicht gesetzt. Das ist wahrscheinlich irgendeine C-Magie, dass man auf dem Ding irgendwie statisch zugreifen kann. Okay. Man muss den nicht erst irgendwie initialisieren. Ja, also braucht man wohl irgendwie nicht. Okay. Fand ich auch komisch. Das ist halt C. Ja. Keine Klassen und so. Funktioniert irgendwie. Ja, magisch. Genau. Genau, da brauchen wir den Status-Code. Status-Code. Und den bekommen wir über client.get. Wahrscheinlich nutzt er dann diese Variable, um mit dem Beginn das da reinzuschreiben. Den Pointer sozusagen. Und dann hast du danach mit dem Client das Ergebnis. Ja, also nach dem setzt er halt diese ganzen Daten da rein. Und dann können wir die nach und nach auslesen. Genau. Aber wie das tatsächlich zustande kommt, kann ich jetzt so auf Anhieb auch nicht sagen. Und dann online. Da wollen wir reinschreiben, ob wir da sind oder nicht. Dann sagen wir eben Status-Code ist gleich 200. Das ist was anderes. Und hier unseren Payload, das was wir zurückbekommen vom Server. Das lesen wir aus mit Sender, äh, Sender. Client.getString. Das ist dann der Content, der geschickt wurde. Den können wir uns auch einmal Serial ausprinten. Ja. Printline. Sender. 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 Printline. Dann den Payload. Ja. Da kommt alles raus, dann sieht man das. Genau. Den ersten Teil können wir mal so lassen. Äh, wenn der Status-Code nicht 200 ist, sagen wir hier noch online slash true. Das würden wir dann später aus dem JSON auslesen sozusagen, aber jetzt erst mal. Ja, ja. Kommt dann gleich noch, ähm, sonst würden wir dann sagen, Printline, ähm, Anführungszeichen, fail-to-read, ja, online-status-form-server, äh, genau. So, Turntime. Gucken wir mal, ob das soweit tut. Hast du schon aufgerufen? Ist online irgendwo? Ist online? Ah, ja, das stimmt, das stimmt. Das fehlt noch. Sache. Äh, das können wir hier noch machen, also in unserer Loop, die dann läuft auf dem, auf dem Controller, ähm, damit wir nicht, äh, egal, wir callen einfach mal durchgängig. Können wir danach noch schöner machen. Nicht, dass unser Stream dauernd geht, weil du hier dann so, so ein Netzwerk überlastest. Ne, also der Call ist ja, glaube ich, eh blockend, also, er macht dann halt einen Call nach dem anderen. Ich hoffe, dass unser WLAN das auch seltsam. Aber wahrscheinlich will dann, ähm, die Lampe schlecht reagieren. Genau, die wird halt immer geblockt, solange der Call geht. Kann man das asynchron machen? Ähm, das war das, was ich vorhin gemeint habe mit den Interrupts, ob man da irgendwie arbeiten kann, äh, habe ich mir jetzt aber auch noch nicht angeschaut. Kann man ja dann vielleicht auch nochmal. Geht bestimmt irgendwie. Also man kann auch, habe ich gesehen, so ein Echtzeitbetriebssystem auf dem Controller installieren. Das wird dann schon sehr weit. Ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn halt die Twitch-Api lahm ist oder so und der gerade seinen Poll macht. Ja, der ist dann halt... Und wir dann drücken wollen oder so und dann reagiert es nicht. Genau, das geht dann halt nicht. Also der Knopf... Aber jetzt... Da muss man sich halt überlegen, wie man dann den, ähm, was man da haben möchte, wie man den ansteuern möchte. Ähm, genau. Wir wollen fragen, ob er online ist und if online... Dann, äh, was sagen wir, wir toggle LED-State... Und sagen noch... Weil das natürlich jetzt, ähm... Und es ist mit dem Toggle auf die Füße fällt, wenn es jetzt... Achso, weil wir sagen, wir machen es aus. Ähm, gut, der wird halt jetzt an- und ausgehen. Genau, also wenn er halt an ist gerade, dann wird er sich wieder ausmachen und also... Ja, genau. Also er würde einfach nur hin und her gehen. Also einfach mal zum Gucken, ob es so funktioniert. Ja. Machen wir das mal. Ähm, er wird wahrscheinlich alles zu spammen, je nachdem, wie schnell der Server antwortet. Ja, vielleicht, wenn du... Zum Testen kannst du das Toggle LED-State... Weil wir haben die Logs auch. Wenn du das raus... Wenn du einfach nur den Online-Call machst. Ah, das untere nicht, meinst du? Doch, also nur halt nicht tatsächlich Toggle. Ah, okay. Weil ich weiß nicht, wie gern das jetzt die Lampe mag, wenn du da... Weil wir ja in jedem Loop sozusagen das machen. Wobei das so lange da auch raucht. Aber du machst halt die ganze Zeit die Lampe an und aus. Ja, gut. Es wird halt wie wenn man schnell auf den Knopf drückt, wahrscheinlich. Aber ja, wir gucken mal, wie schnell das überhaupt... Ich hatte noch ein anderes Problem vorhin. Ah, genau, der hat hier irgendwas gemeckert. Wifi... 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 Vielleicht brauchst du doch deinen Wifi-Client oder was du da meintest. Äh, er wird schon falsch. Ah, ja, wahrscheinlich, genau. Was anderes als Wifi reingeben. Kannst du... Genau, ich brauche noch diesen Client wahrscheinlich. Ja, kannst... Ja. Wifi... Das Client... Gerade kurz nachschauen. Ja. Ja, du hast jetzt ja gerade die Klasse reingesteckt. Ähm, und du bräuchtest wahrscheinlich irgendwie die... Die Instanz... Ja, ich weiß nicht, ob es... Also, Klasse... Man kann leider nicht reinschauen. Ja. Würde mich interessieren, wie das da drin aufgebaut ist. Weil jetzt hast du ja wieder nichts reingesetzt, sozusagen. Eigentlich nicht. Äh, aber... Aber... Ich frage mich auch, warum das Client gelb ist und das andere nicht. Aber es geht. Ja. Also, compile zumindest. Ja. Müsste man sich mal anschauen, wie die aufgebaut sind. Solange der hier lädt... Ich hoffe mal kurz... Vielleicht findet man, dass er aufgeht hat. Äh... USB... Er legt los. Er ist schon da? Ja, connected gerade. Connected. Ah, okay. Fail to read online-Status vom Server. Das gefällt ziemlich schnell. Äh, warum? Das hieß ja, der Status-Code ist nicht 200. Vielleicht sollten wir noch ein... Vor dem IF praktisch ein... äh... Println machen. Wo wir den Status-Code... So, so Request Done, Status-Code ist so. Sehr gut. Ja. Dann können wir das schon mal gucken. Weil ein Parsing machen wir ja noch nicht zu JSON. Genau. Da... Da kann es sein. Hm. Kann es sein, weil du Localhost eingetragen hast? Aber du brauchst ja auch... Du musst die API eintragen. Ja, tatsächlich, das ist... Das wird der Fehler sein. Ähm... Ähm... Ich... Ich weiß nicht, ob das sensible Daten sind. Ich mach's mal auf dem. Ja, mach's mal lieber... Ja, wer weiß, was da rauskommt. Nicht, dass wir noch mehr liegen. Wahrscheinlich hättest du auch oben auf deinem WLAN... Ähm... Ja, man kann... Ja, man kann drauf drücken. Ja, stimmt. Da sieht man's auch da. Aber jetzt hast du's ja. Ah, das ist die von meinem Rechner? Minus 1 sagt er. Minus 1, okay. Also... Kaputt. Kann gar nicht irgendwie den Request machen. Genau. Delete jetzt. Und ich guck mal... Bei... Er hat einen Error geschmissen gerade. Oh. Timed out waiting. Reconnect oder was? Okay, das kommt irgendwie manchmal. Ich zieh einfach mal den Stecker vom Controller. Und steck ihn wieder dran. Ja. Also zumindest hat's letztes Mal geholfen. Warum das manchmal passiert, weiß ich nicht. Ich hatte's auch mal beim Testen, dass... Wenn er da einmal drin war, dann hat er auch gar nicht mehr reagiert. Ja. Bis man halt den Stecker gezogen hat. Irgendwie hängt sich der wohl manchmal auf. Aber lässt sich ja leicht reparieren. Ja, also zum Glück ist einfach nur Stecker raus und rein. So. Ja, jetzt machen wir hier nochmal Clear. Das sind die Punkte beim Verracking. Ah, ja. Haben wir schon. Geht doch ziemlich schnell. Man sieht auch hier in der Konsole vom Server, da kommt einer nach dem anderen. Ich mach mal Autoscroll aus. Genau. Wir sehen hier Toggle-Destate, also das, was wir hier ausprinten. Den Teil RequestFinish200 und wir bekommen hier unseren String, der aussieht wie ein JSON. Genau. Jetzt haben wir natürlich noch... Wir returnen jetzt immer online. Also wenn wir jetzt unseren JSON ändern würden, wäre es noch nicht... Würde es nichts ändern am Output. Genau. Wir können es mal... Kriegt das... Kasten-Kombi... Documents... Wird ich es genannt... Test... Genau. Wir schreiben da mal Balls rein. Ja. Also ich habe gesagt, es ändert sich nichts am Output. Das würde jetzt voll... Balls dastehen, aber er würde trotzdem... Toggle-LED-TV, was wir online sagen. Genau, aber hier... Genau, das würde er trotzdem ausprinten. Ja. Können wir mal auch einen Else-Fall machen. Ja, du wirst jetzt eigentlich ja schon sehen, dass sich was ändert, oder? Also... Ja, genau. Wenn du Autoscroll wieder anmachst. Weil du hast ja auf dem Server-Scancer geändert, sozusagen. Achso, ja, genau. Ja, das sehen wir. Genau. Jetzt wieder aus. Nur, wir sind halt... Weil wir... Aber wir machen halt noch nichts damit. Genau. Ja. Das muss man jetzt noch parsen. Ähm... Genau. Ja. Dann, wie du sagst, JSON parsen. Genau. Dafür haben wir die Arduino JSON hier included. Und da gibt... Ähm... Da müssen wir jetzt den Payload reingeben. Da gibt es eine Klasse, beziehungsweise ein Pfeil, ein Typ, der heißt... So. Ich hab's mal kopiert, war das Ziel. Ja. Ah, das ist unser Response. Dem müssen wir ein bisschen Speicher geben. Also, 1024. Das heißt, wenn jetzt der Server auf einmal einen riesen JSON zurückliefert, dann läuft das über? Dann würde es überlaufen. Wir können ja mal, was ist halber? Dann wird's zwei beiden umgeben. Ja. Und dann gucken, was drin steht. Ähm... Dann müssen wir checken... Ich kopiere das mal. Und das ist dann, warum wir das nicht public nach außen machen. Sonst ist mal irgendwie ruckzuck in unseren Zweck drin. Ja. Dann gibt's die Serialize-Json. Mhm. Dann reichen wir den Response rein. Ja. Und wir wollen das vom Payload... Ja. Da fehlt ein S. Äh, vom Payload da reinlesen. Mhm. Der Methode. Genau. Und if error, dann sagen wir, online ist gleich voll. Syntax-Highlighting ist wirklich irgendwie komplett random. Ja, also ich find's auch irgendwie... Aber ich glaube, das ist besser in der neuen, ähm, Version. Ja. Muss man für nächstes Mal ausprobieren. Okay. Return false. Perfect. Genau. Und wenn kein Error, dann können wir sagen, dass unser... Genau. Dann ist online nicht gleich true, sondern aus response... Neckige Klammer. Oh, so kommt. Dann bleibt man drauf zugelang, ja. Wir haben... Online haben wir es, glaube ich, genannt. Genau. Das können wir uns noch ausbinden. Punkt noch. Ja. Ähm. Genau. Online state serial printline is online. Mhm. So. Und... Ah, nee, return müssen wir es nicht, das haben wir unten. Genau, das return passiert dann unten. Das wäre der Teil. Mhm. Genau, dann können wir einfach mal starten. Also wird wahrscheinlich hier irgendwie ein Error. Ich weiß nicht, ob... Ich kann leider nicht reingucken, ob da noch irgendwie was mehr drinsteht, ob man da was rausbekommt aus dem Error. Ja. Vielleicht kann man einen Error ausprinten. Habe ich noch nicht ausprobiert. Können wir gucken, was er sagt. Kannst du noch einen, ja. Genau, dass man auch weiß, dass das jetzt der Error ist. Und theoretisch kann man damit für den Effekt tatsächlich, wie du es hattest, den, ähm, die Lampe... Aber wir müssen sie nicht... Wir müssen praktisch uns merken, ob sich es geändert hat. Also wenn wir vorher offline waren und jetzt online, dann müssen wir es teubeln, die Lampe. Ja, genau. Wir haben ja hier auch die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Logik hinzuzufügen. Also wir können ja dann auch sagen, wenn wir offline sind, dann schalten wir das Verlethe ab. Ja, dann soll der Button auch nichts mehr machen. Und wenn wir online sind, dann ist der Button wieder aktiv oder so. Genau, das können wir gleich dann noch machen. Okay. Ähm, genau, jetzt können wir gleich mal gucken, ob da was im Error drinsteht. Wir machen hier Autoscroll und Clear. Oh, da ist ein Fehler. Er weiß er nicht. Hat er da... Du kannst den Error so nicht printen wahrscheinlich. Ah, okay. Autocereo Print. Ja, dann nimmst du was. Okay, da. Ah, ich kann das Rollen nicht mehr ausprobieren. Okay, dann ist halt irgendwas fehlgeschlagen. Ja. Gibt das leider nicht. Könntest du, ähm, die, ähm, diesen Call zum Beispiel zu dem Online, wenn du meinst, es gibt dieses Millis, wie lange man schon läuft, könntest du das doch bestimmt mit irgendeinem Modulo, äh, Operator, so dass du sagst, wenn, mach jede, zehn Sekunden oder so. Ja, genau. Wenn Millis, ein Vielfaches von, ja, man könnte es ja auch merken, die letzte Zeit, in der man, nachdem man abgefragt hat. Ja, aber ich meine, wenn du es eh hast, das Millis, könnte man das doch bestimmt nutzen. Ja, ich meine, ähm, sowas hier, last, ähm, check, ist gleich null. Und dann, ähm, in Current Time Millis, if Current Time Minus Last, check, ist größer als 5000, also fünf Sekunden. Ja, ich denke, das gleiche wäre mit dem Modulo gegangen. Ja, ja, stimmt. Ja, aber dann, dann spammen wir es nicht so zu. Nicht ganz gut. So, äh, jetzt sind die Zeilen ein bisschen verrutscht. So, passt's. Ja. Mach mal, mach mal das ToggleLED-State an. Das hier meinst du? Achso, nee, aber das stimmt ja dann nicht. Wir müssen ja nur toggeln, wenn sich was ändert. Oder wir machen... Ah, deswegen, ja, ja, genau. Genau, da, da wäre dann so ein, ähm, Turn-On oder Turn-Off. Ja, nicht ein Toggle. Ja, ja, lass uns mal ein Toggle, genau, den Rest, den fügen wir dann gleich noch hinzu. Äh, genau, man sieht schon, läuft das? Genau, es läuft. Ähm, außer Scroll aus. We are not online. Ja, es falls. Genau, weil falls. Wenn du jetzt änderst, dann... Genau, gehen wir hier nochmal rein. Kannst du ja ein bisschen größer machen. Ah, ja. Neues Fenster ist wieder klein. Ja. Dann gehe ich kurz raus. Ah, bim, komme ich hier raus. Ich bin gefangen. Nochmal. Jetzt ist es besser. Ähm, genau, da sagen wir True. Jetzt mache ich nur ein Right und dann sollte sich das gleich unten in der Konsole ändern. Ja, und wir bekommen hier True. Ja, und er sagt auch, we are not online. Hat mir das noch nicht angepasst. We are not online, obwohl True. Hm. Vielleicht hat mir das noch nicht angepasst, den Teil. Ah, wir haben doch hier unseren... Ah, ja. ...unser Fehler. Achso, wir printen jetzt hier gar nichts aus. Aber er printet die Dings. Genau, das fehlt hier auch. Das heißt, der ist hier immer im Error Case. Ah, ja. Bisschen was können wir da ausgeben, dass wir das zumindest wissen. Printline, JSON parsing failed. Genau. Dann machen wir gleich noch den Puffer größer und dann sollte das auch gehen mit dem Decoding. Ja. Und wir brauchen am besten für unser LED ein Turn-On und Turn-Off. Genau, das können wir dann auch gleich noch machen. Und wenn es schon an ist, dann macht die Methode halt nichts. Genau. Ja, das können wir auch machen. Dann kann man den Code im Lamp-Control einfach halten und einfach sagen, wenn online war an, wenn offline war aus und dann, ob es schon an ist, macht es dann entweder. Genau, oder Activate Lamp und dann funktioniert halt das Toggle und wenn es nicht aktiv ist, dann macht das Toggle halt nichts, weil die Lampe aus ist. Achso, so können wir es natürlich auch machen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man einfach halt zusätzlich noch zum Toggle ein Machs an und Mach aus, dass man explizit sagen kann, welchen Status man haben will. Ja, das kann man auch machen. Ja, ich mache mal das Autoscall aus. Genau. Genau, Jason Farsing fällt. Genau, weil wir haben den Puffer noch nicht groß gemacht. Im Chat eine Frage, was wäre eine gute Größe für den Puffer? Wenn man weiß, wie groß die Daten sind, dann so viel das reinpasst. Wir haben, wie lange das unsere Zeit hätte? Kann ich nicht dem, bestimmt irgendwie von dem Payload auslesen, wie groß der ist und das dann nutzen? Weil das wäre ja eigentlich die sichere Variante, sonst läuft der immer wieder. Ja, stimmt. So Payload, Zeiss oder so. Client, geht's dringend, vielleicht Client, geht's. Ich weiß nur nicht in dem, das ist ja die Größe von dem JSON-Document. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht mehr Platz braucht für irgendwelche JSON-Logik noch. Dass man eben hier, ich weiß eigentlich nur das, was ist das, eine Map? Ja. Gibt's Spring.Length? Arduino. Ja, aber da hast du schon recht, das eine ist dann Stream, das andere liegt schnell, aber... Es gibt wohl ein Length, wir können mal probieren. PayloadLength. PayloadLength. Und dann sagen wir hier, PayloadLength. Ja. Gucken wir mal, ob das tut. Vielleicht passt jetzt zufällig und danach fliegt es uns um die Ohren. Ja, gucken wir mal, ob es passt. Der ist hier noch am Printen. Kannst du ihn markieren. Genau. Ah, genau, der macht gerade nichts, weil er geflasht wird. Initializing, Connecting. Dass ich nicht merken kann, was sein Lifer ist. Ah, okay. Jason passing fail mag er nicht. Dann mach einfach eine große Zahl. Mach nur einfach eine große Zahl. 1.000, 20.000, genau. Wahrscheinlich auch noch viel zu viel. Ups, falscher Knopf. Jetzt kann er wieder weg. Dann. Jetzt ist er sauber. Okay, ich gucke sie gerade. Connecting. Und, aha. Ah ja, wir haben Online-State 1. Ich mach's mal kurz raus. Genau, Online-State 1. Man sieht auch, kannst mal die Lampe anmachen. Dann sieht man hier, wie sie wild hin und her flackert. Upsala, ich hab zu wild geklickt. Genau. Hier gibt's gerade Lichtschau. Ja, weil wir immer, weil wir jetzt immer toggeln. Genau, weil wir jetzt immer das Toggle machen. Wenn ich jetzt hier Balls reinschreibe, dann bleiben wir in einem Zustand. Weil er dann nicht mehr toggelt, ja. Aber es ist ja noch nicht so, wie wir es machen wollen. Also, was findest du? Also, ich bin noch nicht ganz überzeugt von der Schaltet-das-Relais-Idee, weil wir dann auch wieder Out-of-Sync mit unserem Button-State kommen können. Die können wir dann zurücksetzen. Stimmt, ja. Das könnte man... Und ich kann's halt nicht anmachen, wenn ich nicht Twitch-Stream. Ja. Was meinen denn die Zuschauer? Haben die eine Präferenz? Zieht die Lampe Strom, wenn sie... Bestimmt ein bisschen. Ja, also es würde sozusagen helfen, Strom zu sparen, wenn er das Relais erst anmacht. Ja, also ich vermute mal, dass der Microcontroller sehr viel mehr Strom braucht. Vermutlich. Aber, ja, theoretisch spart man sich so den Stromverbrauch. Also, wir können ja auch einfach beides machen. Also, ich find's schon gut, wenn man eine Methode hätte, mit der man sagen kann, ich möchte, dass es jetzt an ist und sich nicht nur auf das Toggle verlässt, dass es halt irgendwie vorher im richtigen State war. Aber an sich ist es auch wahrscheinlich valide, das Relais zieht auch immer Strom. Wenn es an ist, ja. Wenn es geschaltet ist, auf jeden Fall. Genau, das wäre ja der Fall bei uns. Wenn es nicht geschaltet ist... Ja gut, so leckt man wahrscheinlich trotzdem... Ja, aber bei uns wäre ja der Fall, dass das Relais immer Strom anhat. Ja genau, dann zieht's natürlich auch immer Strom. Okay, dann lass das doch, Roman, wir machen das... Wir können es ausschalten, das Relais, wenn wir nicht streamen. Und wenn wir streamen, geht's an. Und dann können wir gucken, ob wir das dann mit dem Toggle machen oder auch noch. Aber wir machen erst mal das Relais. Genau. Okay. Das heißt, unser Abgeteil, der ist soweit fertig. Wir bekommen, ob wir online sind oder nicht. Dann können wir hier weitermachen. Genau, alle fünf Sekunden checken wir. Und hat das eigentlich geklappt mit allen fünf Sekunden? Das sind irgendwie mehr als alle fünf Sekunden. Deutlich mehr, ja. Ja, du setzt Last Check nicht. Ah, genau. Guter Punkt. Last Check ist gleich Current Time. Dann sollte es weniger sein. Ja, genau. Wir haben gesagt, wenn wir online sind, dann wollen wir ein Turn-on-Ramp machen. Und wenn wir offline sind, dann sagen wir Turn-off-Lamp. Ja. Genau, die zwei müssen wir jetzt noch implementieren. Machen wir es mal hier drunter. Wir wollen Turn-on-Lamp. Und White-turn-off-Lamp. Genau. Bei Turn-on müssen wir einmal das Relais auf High setzen. Ja. Dann müssen wir... Gehörtisch können wir unseren Toggle benutzen und dann aber noch ein If. Genau. Genau. Wenn nicht 0, nee, wenn 0, dann müssen wir noch ein Toggle machen. Wie meinst du, wenn 0? Wenn LED-State 0 ist, dann... Achso, dann machen wir... Genau, sonst machen wir keinen Toggle. Ja, stimmt, genau. State ist gleich 0. Toggle LED-State. Wenn ich, ähm... Wir können auch was andersrum machen. Anstatt... Also wir können auch daraus Methoden machen. Ja, das meinte ich vorhin, dass man das so setzen kann. Aber so ist das auch okay. Nee, das finde ich sogar schöner, dann irgendwie... White... Okay, Turn-on-Lamp haben wir jetzt schon. Turn-Lamp-on und Turn-Lamp-off, dass man nachher genau weiß, welches man aufrufen muss. Ah. LED-State. Du kannst... Oder... Ja, nicht LED, sondern Lamp. Genau, LED-on. Nee, LED fand ich gut. Weil wir haben das andere Toggle-LED-State. Dann hast du, ähm... Könntest du sogar sagen, Turn-Led-On und Turn-Led-Off. Und dann haben wir... Das macht nur die LED. Und dann haben wir Turn-Lamp-off oder Turn-off-Lamp. Ja, das macht dann alles. Das macht dann alles. Das macht dann alles. Ja, stimmt. Turn-on-Led. Turn-off-Led. Right-turn-off-Led. Genau, da kann man dann... Da brauchen wir den Check, ob wir im State Null sind. Und wenn, dann machen wir das. Genau. Und hier machen wir im Grunde ein Turn-On-Led. Ja. Und der Teil, der wandert hier in ein LED. LED-State ist gleich 1. Da machen wir das. Ja. Und hier machen wir Turn-off-Led. Ja. Und theoretisch könntest du jetzt sogar noch aus diesem anderen State Recoveren bei dem Turn-off. Dann sagen, wenn er LED-2 ist, dann presst er nur einmal den Watt. Theoretisch. Wir kommen da nicht hin, aber... Wo meinst du? Turn-off-Led-... Wenn, warum auch immer, wir LED-State 2 rausgekommen wären, dann könnten wir hier darauf auch noch reagieren. Das sind wir sagen. Ah, ja, stimmt. Und sagen, wenn es LED-State 2 ist, dann machen wir nur einmal den. Stimmt. Guter Punkt. Können wir auch gleich mal... 2, dann machen wir eben nur einmal. Aber wir sollten da eigentlich nicht hinkommen. Ja, den Fall gibt es eigentlich nicht. Aber, genau, so ist noch der abgefangen, falls wir irgendwann später mal den hinzufügen sollten. Ja, unten ändert sich nichts. Und hier oben, genau, da sagen wir dann... Da brauchen wir das If dann nicht mehr. Turn-on LED-D. Genau. Turn-on-Lamp, genau, dann ist wieder alles da. Und Turn-off-Lamp, sagen wir einfach... Digital... Right... Ich gucke jetzt einfach mal da oben. Ich würde aber auch noch Turn-off-LED machen, dann ist nämlich unser LED-State... Genau, dann setzen wir den State noch richtig. Habe ich auch gerade überlegt, wie wir den noch setzen. LED, so. Sonst gibt es eine Reikversion. Genau, jetzt können wir die noch... Also, Moritz findet es überhaupt nicht verwirrend mit LED und Lamp. Ich finde es klar. Ja, also man muss einen Moment drüber nachdenken. Dann das Lamp und LED. Gerne, wenn ihr bessere Vorschläge habt. Namensvorschläge. Werden gerne umgesetzt. Jetzt müssen wir das noch aufrufen, glaube ich. Genau, jetzt können wir das hier noch updaten. Beziehungsweise hier... Haben wir schon, wir haben es so rum angefangen. Dann unten Lamp... Genau, das müsstest du jetzt alles machen. Genau. Und der oben, der toggelt weiterhin. Ja. Genau. Dann starten wir mal. Mache ich mal... Die Makine. Ich mache mal hier das... das Overlay ein bisschen größer von der Lampe. Wenn ich das denn hinbekomme. Ups, das war der falsche. Den da. Weil jetzt ist ja eigentlich... Du willst ja eigentlich jetzt die Konsole und das Bild und alles davon sehen. Ich kann den auch hier so nebendran machen, wenn es vielleicht besser ist. Ja, es wird eher so... Okay, dann ist das unten. Das ist besser. Und wahrscheinlich brauchst du auch noch deine Konsole mit dem... Bis du es da ändern können. Ja, genau, stimmt. Die brauchen wir auch noch. Die kann man dann hier hinschieben. Ja. Sehr gut. Ja, noch online. Warum? Ah, du hast nicht gespeichert. Ah, genau. Wir sind noch false. Er hat es Relais ausgemacht. Alles ist okay. Wir sind false. Jetzt könnte ich hier drücken. Ja, er blinkt. Okay, hier macht er noch diese blinke Geschichte. Ja, unser Debug-Mode machen wir noch. Die müssen wir noch updaten. Ah, aber die Lampe... Ja, aber das ist ja richtig, weil er schaltet die Lampe ja trotzdem. Aber das soll er eigentlich nicht machen, wenn er aus ist. Ah ja, genau. Weil sonst ist er ja auch wieder in irgendwelchen Zuständen theoretisch drin. Genau, das müssen wir noch... Da müssen wir noch was einbauen. Jetzt sind wir aus. Nur, dass das gleich dann passt, wenn wir jetzt online gehen. So, jetzt starten wir den Twitch-Stream. Okay. Das dauert ein bisschen, ein paar Sekunden, bis er was mit dem Request macht. Jetzt sind wir an. Genau, und wir starten auch gleich. Genau, bei Turn-On haben wir ja gesagt, dann gehen die Lampen auch an. Ja. Können jetzt aber auch einen Knopf, die auch wieder ausmachen. Ja. Genau. Jetzt hat er halt nochmal den Request gemacht. Er macht es jetzt jedes Mal wieder an. Genau. Er macht es halt jetzt wieder von alleine an. Er sagt, nein, du darfst nicht ausmachen. Wir sind immer noch online. Wir wollen aus. Ja. Ja. Das ist halt jetzt die Frage, wie wir diesen Button modellieren wollen. Genau. Ob wir sagen... Weil jetzt ist er ja mehr oder weniger nutzlos, der Button. Ja. Wenn wir offline sind, dann kann man die Lampe damit nicht anmachen. Und wenn man online ist, dann kriegt man immer wieder überschrieben, dass man es doch anhaben soll. Genau. Da könnte man jetzt... Man könnte es auch umdrehen und sagen, über den Knopf schalten wir die Lampe überhaupt erst an. Ja. Wenn wir dann online kommen, dann geht die Lampe an. Ja. Und wenn wir dann wieder offline gehen, dann geht die Lampe aus. Können wir auch machen. Wenn es Ideen gibt, im Stream von den Zuschauern, was sich behalten kann, soll, gerne schreiben. Können wir dann vielleicht nächstes Mal umsetzen. Ja. Ja, das ist halt... Wir haben jetzt volle Kontrolle über den Button und was er dann machen soll. Genau. Ist halt jetzt die Frage, was wir machen wollen. Man könnte auch sowas überlegen, dass er, weil ich denke mal, das Request machen und Pollen, das braucht ja auch Strom. Ja. Dass man den Button irgendwie, wenn man, dass man damit das aktiviert oder so, dass man kurz vorm Stream drückt man drauf, dann geht er in den Pollen-Modus sozusagen oder so. Ja. Okay, aber wenn ich jetzt, ich mache nochmal False, ich würde nochmal sehen, was es ausgeht. Wie finde ich das schon? Und wir gehen offline. Ha. Sack. Sehr cool, sehr cool. Das ist doch cool. Er not online. Ja. Richtig cool. Okay, das heißt, das nächste Mal würden wir dann versuchen, die Twitch-API anzubinden. Oder halt überlegen, ob wir halt das irgendwie außerhalb kapseln. Was dann im Grunde noch fehlt, anstatt hier auf Localhost zu gehen, dass wir da an Twitch gehen. Die Logik bleibt ähnlich. Da wird man halt irgendwo anders was auslesen müssen dann. Vielleicht noch irgendwie Handshake davor mit Secrets oder so aushandeln. Ja. Und halt die Logik, wie gerade besprochen, was sich wie verhalten soll. Ah, was wir noch vergessen haben jetzt, aber das können wir auch beim nächsten Mal dann noch einbauen. Vielleicht kannst du einen Kommentar oder so machen. dass, wenn man den Button drückt, wenn das Relay aus ist, dass wir das nicht vergessen. Wahrscheinlich kannst du es einfach in das If mit einbauen, wenn Value is low und das Relay is high. Achso, ja. Achso, ja. Ja, hier sollte es eigentlich dann Ignore. Ich weiß gar nicht, ob man den Digital Write, ob man das auch auslesen kann. Müsste gehen, ja. Müsste bestimmt irgendwie gehen, weil sonst müsste man sich halt noch separat eine... Nö, kannst du Digital Read machen? Achso, weil wir gesagt haben, es ist ein Output. Das ist halt ein Output. Ist das eine gute? Komm, wir probieren das mal kurz aus. Ja. Können wir noch testen. Im Chat gibt es noch die Idee, dass wir noch einen Alarm einbauen sollen, wenn die Batterie leer geht. Dass es piepst oder so. Ist die Frage, ob er feststellt, wie viel Spannung anliegt überhaupt. Ob man das auslesen kann. Das weiß ich nicht. Der ist jetzt, glaube ich, gerade schon an der Grenze von dem Wasser. Auch die Frage, wie lang der läuft, wenn es nur funktioniert, wenn die abgussvolle keine geladen sind. Also, ich habe vorhin mal gemessen, es waren doch 4,1 Volt. Ohne Last oder mit Last? Ich glaube, mit Last. Also, wenn sie voll wären, sollten es eigentlich 4,5 sein. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber der müsste doch auch 1,5 sein. Nö, der hat, glaube ich, 1,3. Ja, deswegen hatte ich ja vorhin gemeint, ob es da noch läuft. Muss man halt neue Batterien dann holen. Aber ja, so viel dauerhaft laufen müsste man messen, wie viel Strom der... Wäre auch interessant, wie praktikabel das ist mit den Batterien. Weil wenn man die bei jedem Stream austauschen muss, weil sie halt sich über das System leer gejugelt haben. Da muss man vielleicht nochmal umlöten, dass man das über das USB betreiben kann. Ja. Außen. Ja, das könnte man dann machen. Müssen wir messen. Zum Messen muss man halt die Plusleitung hier kappen. Dass man halt dazwischen das Multimeter packen kann. Und über das Multimeter dann misst, wie viel Strom fließt da jetzt insgesamt. Oder man... Achso, ja doch, weil zwei Sachen dranhängen dann, ja. Genau, das ist halt die eine Verbindung. Dann messen wir halt gleich alles. Man könnte auch separat messen, was das braucht, was der Controller braucht. So würden wir unser gesamtes System messen. Ja, oder man muss halt dann sagen, die Batterie ist halt nicht praktikabel, weil es jedes Mal leer ist. Kann gut sein. Ich weiß halt nicht, ich kann irgendwie nicht einschätzen, wie lang so ein Mikrocontroller an der Batterie läuft. Ja. Also gefühlt ist es ja ein Computer, der die ganze Zeit Strom verbraucht. Ja, also der macht ja auch die ganze Zeit was. Das stimmt schon gerade mit den, ich denke, die Network-Fragen, die werden sehr viel Strom brauchen. Ja. Das wäre auf jeden Fall dann eine Idee, das auf den Button zu legen. Ja, genau. Das wäre vielleicht eine Idee. Außer wir legen es halt, sagen, es ist besser über USB, dann darf er gerne die ganze Zeit. Weil sonst, das Problem ist, wenn man halt den Button hat, dann hätte... Wenn ich hingehe und den Button drücke, damit er jetzt noch zur Twitch-Ebene telefoniert, dann hätte man es einfach anmachen können. Ja, das stimmt. Aber dann ist, wenn man das irgendwie hier einen riesen Delay von, weiß nicht, einer Stunde oder so einbaut, das ist dann auch ein bisschen blöd, weil... Ja, dann gehst du schon wieder offline und dann geht es die Lampe erst an. Also, wenn wir jetzt sagen, das mit der Batterie war zwar nett, aber es ist nicht praktikabel, dann müssten wir die Kabel umlöten wahrscheinlich. Genau, dann müssen wir halt anstatt hier, gehen wir dann halt hier in das Kabel dran. Genau, vielleicht muss man auch hier nochmal ein bisschen umlöten. Müssten wir ausprobieren, wie rum die dann auch funktioniert. Ja. Aber sehr cool. Ja. Wird da einiges geschafft heute. Ja. Und vieles gelernt. Und programmiert, ja. Heute bin ich weißer als du. Ein bisschen, ja. Ja. Heute bin ich mal nicht ganz so blass. Ja, ich habe die White Balance ein bisschen angepasst. Aber bei mir nicht so gut wie bei dir. Wird immer besser. Meine Haare sind auch nicht mehr ganz so durchsichtig. Stimmt, die waren zwar nicht ganz durchsichtig. Aber der Bart sitzt. Ja, der sitzt. Sehr gut. Ja, ich habe auch schon Lob gekriegt von meiner Frau. Für deinen Bart. Du hast Lob bekommen mit meinem Bart. Ja, technisch versteht sie es nicht. Aber der Bart ist aufgefallen. Ja. Alles, was gefällt. Super. Sehr gut. Ja, dann hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mir eine Freude. Wir, ich denke, nächste, also in zwei Wochen machen wir nochmal natürlich weiter mit der Twitch-API-Anbindung. Und dann, ich weiß nicht, hast du schon neue Ideen? Oder sind wir noch auf der Suche? Ich glaube, wir sind noch auf der Suche. Also, falls Ideen sind, gerne in die Kommentare. Und am Freitag ist unser nächster Stream. Da wird der Andreas mit dem Timo wieder noch am Backend schrauben. Und dann, ach genau, im Chat kommt die Idee von Moritz, der ja auch noch streamen wird, die Home Assistant-Anbindung, was ich auch schon mal gemeint habe mit Smart Home, wo man relativ einfach diese ESPs mitprogrammen kann und dann Smart Home sozusagen zur Verfügung hätte. Und Office Racer, was sich dahinter verbirgt. Ah, ein interessanter Titel. Ein Teaser. Ja. Genau. Also, da sind noch Ideen in der Pipeline. Ja, so Home Assistant, stimmt, das wäre vielleicht interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Büro einfach so... Ja doch, Home Assistant müsste es sein. Den lässt man auf einem Raspberry Pi zum Beispiel laufen. Oder könnte man ja dann auch zum Entwickeln auf dem Rechner laufen lassen. Bestimmt. Wahrscheinlich irgendwie. Ja, ja doch, geht. Kann man überlaufen lassen. Genau. Okay, dann, ich sehe jetzt nicht noch weitere Fragen im Chat. Wünsche ich einen schönen Resttag. Ja. Schönen Resttag. Einen schönen Dienstagabend. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ist gut, bleib brav. Ciao.